Ach mal das nächste Jahr zu deinem Jahr, in dem du mehr Frauen als je zuvor kennenlernst, in dem du die eine kennenlernst oder mehrere von den einen, die super krass sind, für die es sich auch wirklich lohnt, Pickup zu machen. Komm zu mir ins Mentoring, komm in alle meine Workshops nächstes Jahr.